Musik Entdecken Sie die Welt des Schmucks. Mit diesen Worten stellt sich die internationale Schmuckmesse Inhorgenza in München vor. Uhren- und Schmuckhersteller präsentieren ihre neuesten Entwicklungen, Innovationen und Designs. Musik Wir von MesseblickTV zeigen Ihnen alles, was interessant und verlockend ist. Was sind die neuesten Trends und welche Hersteller verzaubern uns mit ihrem funkelnden Sortiment? Musik Das sieht schon fast unecht aus, weil es so stark lützert. Musik Das ist unser Brauring-Konfigurator in Life. Ja. Das ist praktisch die Geheimwaffe eines jeden Juweliers. Musik Ab sofort versorgen wir Sie täglich live aus München mit News- und Filmbeiträgen. Seien Sie mit dabei auf MesseblickTV. Musik Musik